Mia 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 und willkommen zurück zu Ahead in Time Nyakuza Metro DLC Wir haben am letzten Mal uns hier ein bisschen umgeschaut, aber noch nicht viel, wir haben es erst kennengelernt und ja, wir machen heute einfach weiter Schauen uns hier ein bisschen mehr um und haben noch mehr Spaß Ja genau, wir haben am letzten Mal auch noch ein paar richtig leiste Hüte bekommen, zum Beispiel den hier, oder den hier, und, oder, oder, oder den hier Oh ja, vielleicht gehen wir heute ein paar mehr Hallo! Du brauchst einen Metro-Grund? Wenn du wirklich verloren hast, wird sie dir zeigen, wo du gehst Ja, gerne Zugang zu einer Option, warum ist es der Automat? Okay Die Metro ist ein komplexer, gigantischer Ort, in dem man sich nicht immer leicht zurechtfinden kann Wenn du dich nicht fürs Erkunden interessierst und etwas Hilfe auf dem Weg zum Ziel willst, zeigt dieser Plan dir einen klaren Weg, den du folgen kannst Wenn du wieder erkunden, was da unten willst, kannst du ihn auch wieder ausschalten Ähm, ja, Chef Hallo, was hast du gesagt? Du brauchst einen Geist? Ja 100 Gibt hilfreiche Richtungen in der Metro? Ja, ganz ehrlich, warum nicht? Also Ich glaub, das wird nicht schlecht sein, nicht verkehrt sein Ähm, wo ist er dann? Im Menü? Oder so? Irgendwo? Ich frag mich einfach nach den Guidelines Ähm, 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 ja, ich hab schon verstanden, verstanden Too much gegazzled? Passiert Okay, wenn ich jetzt hier reingehe Hab ich dann ne Map? Wenn ja, dann weiß ich ehrlich gesagt nicht Ob das so gut ist Was ist die Map? Hm? Equipment? Ne? Gibt hilfreiche Richtungen in der Metro? Hm? Ach so, ah, der Boden zeigt mir an Dass ich hier noch langen kann Doch, doch, ganz ehrlich, das Finde ich tatsächlich, vor allem so findet's Blazer, hilfreich War da keine Zeit verspenden, wir wollen so schnell wie möglich weiterkommen im Spiel Und wenn der mir jetzt zeigt, wo ich zu den anderen zwei Objekten, die mir noch fehlen hinkommen kann, dann Ja Finde ich das not bad, Tobias Vielleicht was auch nicht, aber Ja Was gibt's hier unten eigentlich? Waren wir da unten schon mal? Gibt's da unten was? Also ich war ich auf jeden Fall noch nicht Schaut mal, das ist sogar ein seltener Sticker Hallo Ich bin ein Sticker, ich bin ein Sticker, ich bin ein Sticker Mama Mia Wow, 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 das ist alles so teuer Hier können wir einen gemütlichen Pullover holen Ein neuer Filter für die Kamera Und drei Farben Kann ich mir den irgendwie markieren oder merken? Ich muss mir den merken, auf jeden Fall Der hat einiges Zeugs für mich Das ist ja unten versteckt Aber wie viel brauche ich für dich? Wie verbrauche ich insgesamt? 200 400 500 Ja, ein bisschen über 500 Okay Merke ich mir Guck mal, hier Spookit Äh, wie komm ich wieder hoch? Hallo? Hier hochkattern, maybe? Ja 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 Okay, schau mich mal ein bisschen um und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich was Interesse gefunden habe Hi Ja, hau raus Okay, okay, ich werde dir sagen, du wirst das nie vergessen Der Verwärter der Verwärter der Verwärter hat keine Qualifikation als Verwärter Okay Haha, ich habe dir gesagt, es war ein gutes Zeug Okay Ja, krass Egal, dafür krieg ich einen Zicker Hm Okay Oh, schaut mal hier, das habe ich gar nicht gemerkt Hier kann man hoch und hier ist einfach ein Trampolin, war das schon die ganze Zeit da? Das ist jetzt neuerdings hier Cool Okay, dann habe ich jetzt immer eine Schnur, eine Linie, wo ich lang soll Was bedeutet, wenn ich woanders lang gehe, dann weiß ich, dass ich da zu einem Secret komme Also, es ist eigentlich nützlich, würde ich mal behaupten Diese riesigen Katzen, die uns einfach die überall hinfahren Das ist ja irgendwie lustig Yeah Mua Dur, 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 dur Dur, dur Dur, dur Aber okay, die schon ein bisschen dick die Schnur, die hätte man brauchen ein bisschen dünner mahnt, finde ich Also, da oben sind wir schon? Die da oben ist schon das Ziel? E嘉 warum ist denn unsere Schnur Lila? Die war nie lila Die nächste Katze? Die nächste Nchaz Was ist die beste Serie von Agile-Suppen-Güssen? Ah, gut. Du bist smart, Kind. Du bist smart, Kind. Du bist smart, Hilfe. Du musst ja abspringen an dem CPU-Cooler. Ich weiß nicht, was das ist, ich kenne mich mit PC-Teil nicht aus, aber das ist nur so ein PC-Teil, GPU oder so. Ich sollte mir meinen Maul halten, sonst wird's noch peinlich. Da bin ich auf jeden Fall hoch. Wait, 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 was ist hier? Was ist hier? Hier läuft etwas. Ja. Ach, nur 10? Easy. erlaubt eintritt zu stationen in der metro das ist ein mega langes level riesiges level vor allem ich glaube hier werden wir länger dran sitzen aber na gut ich hoffe ihr habt darauf bock und das versuche ich jetzt noch mal so habe ich es nicht geschafft auch da weil die kamera in die an in die falsche richtung da bin ich komme ich da überhaupt schon hin die schnur sagt zwar ich soll unbedingt da lang aber ganz ehrlich das schaffe ich gar nicht das kann ich noch gar nicht machen oder so habe sich gesehen sorry oder vielleicht muss ich mich anders schleudern lassen also nicht hier geradeaus sondern er so also in die richtung halt damit die kamera das auch checkt das könnte sein oh man was zum bin ich hier was was ich bin übel verwirrt was passiert warum ich da jetzt gestorben wo lande ich wieder was muss ich machen vielleicht soll ich mich hier vielleicht soll ich woanders lang wieso spiele ich jetzt hier mein kopf kommt nicht mehr mit mein kopf stirbt sticker ich bin doch drüber gesprungen vielleicht soll ich einfach nur weiter lang fahren nee dann fällt er hier im kreis ich muss ich soll doch schon irgendwo hoch naja wo soll ich hier hoch den weg darüber schaffe ich nicht vielleicht soll ich einfach nur ja stimmt die linie zeigt es mir an ich soll hier einfach nur weiter fahren das ist was im grünen bereich grünen bereich gehöre ich noch gar nicht hin das dauert noch ich bin erst beim gelben bereich haa tatsache hier ist direkt ein stück okay sorry leute dann war das meine schuld hey aufpassen sollten aber jetzt nur den gelben bereich fertig haben vielleicht kommen wir erst im grünen bereich mal schauen du weißt die deal gib mir hier naja so wollen wir das gleiche interessant du bist mehr nutzvoll als ich dachte danke wir sollen jetzt auch ins grüne bereich da ist ein stück im ticket das ist das ding weil ich gerade die ganze versuchte zu bekommen das ist wirklich das nächste einfach okay also da hinten gehen wir hin wenn wir 550 oder sowas haben um geld zu verschwenden und so jetzt warum habe ich meinen katzen outfit nicht mehr an nein man wo ändere ich das denn schaut mal mein jacke ist wieder so normal wait sag mir nicht du musst ich jedes mal neu kaufen bei den gruft die da hinten bitte nicht hallo da gibt es mir nicht wieder wo ändere ich das denn hab ich doof equipment das muss doch eigentlich im beutel sein okay ich kann entweder nur die jacke oder nur eine farbe aussehen ne komm dann nehmen wir die jacke würde ich sagen sorry das habe ich gar nicht gecheckt wow weird egal naja große leckens haben wir schon stürmt eigentlich müsst ihr irgendwo wo es den gelben bereich geht noch ein zeit rift geben wo wir noch nicht waren okay da geht es in den grünen bereich jetzt in den gelben zeit rift können wir eigentlich schon kommen games hat zu den zeit rift in gelben bereichen was ich meine ja so was neues oh fleischbärchen gib her meatball meatball ground meat roll into a small ball to reach true enlightenment you must understand that as meatballs go in hairballs go out genau yummy schon wieder geld verschwendet fünf sterne beste burger in der ganzen metro sagen wir das gleiche manchmal schon wieder was neues 150 250 250 brauche ich ja auch noch mal also 800 insgesamt hier durch was du jetzt dafür haben okay gelber metro übergang wait das ist eine abkürzung jo genau da unten ist der shop ja wunderbar die beiden shops sind nebeneinander das ist mega gut ja nice abkürzung das ist äh schön wunderbar okay ähm wir wollen jetzt mal einen fortschritt machen das bedeutet dass wir uns natürlich mehr umschauen zwei stellen sie haben einen ketchup vergessen mies drei stellen und man muss für reis extra bezahlen joa scheinbar joa scheinbar ist das so ein ding was ein ding ist was so ist ja muss man halt mit leben ähm ja alles ist weir da ist äh eine großartige glückliche Geschichte hier ne ist nicht weir das ist normalste auf der welt was meinst du wo ist denn der ort der uns vorhin gezeigt wurde Kochkatze Episode ist das nicht hier äh nein ist es nicht wenn es das rot ist dann werden wir da wahrscheinlich nicht hin dürfen ich fange mal ein bisschen rum und schau mal wo wir lang können hier können wir lang hier haben wir noch nicht und ich ist direkt ein Sticker pinke Pfoten Mjörder Mjörder ja ah ok man braucht hier zwei verschiedene ok bringt also nichts ähm ist hier die grüne Station hier ist auf jeden Fall grün vier Sterne perfektes Comfort Essen ja was wird es sein? neues Essen Shuyuramen und Katsukare kenne ich beides nicht wenn wir es ja panisch ist auf jeden Fall Shuyuramen ein wärmeres Kuchen- und Vegetablebrot serviert mit Toppings von eurem Wahl der perfekte Comfort Essen für die kälte Nacht nachdem du den letzten Train des Tages Katsukare ein leckeres Kuchen ein leckeres Kuchen in Strip serviert mit einem rücker, schmerzlichen Curry und meistens Reis während der Sprache irresistbar ist given dass du in einer Katt-Metro es wird nicht bemerkbar okay sorry machen keine Witze mehr wir bleiben im Ernst ich stecke in der Wand fest Hallöchen moin äh ist irgendwo ja hier komm her Amici aboing okay hier sind wir richtig in der grünen Zone hey buddy du hast die Zeit was was wo ist das was 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 so stimmt finde ich was das was ich persönlich nicht ich bin ich versuche aber das Signal ist okay sorry sorry mein boiing aha geht's denn lang wir sind überall Wege ja immer immer doch ich habe die ganze Zeit das Gefühl dass ich beobachtet wäre das ganze Abenteuer lang als würde ich mit einer Kamera reden oder so eine Maske braucht noch ein Shop ihr lebe ohne Frieden ah immer du tanzt was ein Bürgerhut boah Junge wie viel Geld muss man hier bitte haben hab ich das Gefühl ich muss cheaten um das ganze hier zu kaufen what the hell jetzt mal ohne Witz da fühle ich mich schon schlecht als ich vorhin alles gekauft habe ha ne hier geht in das Level rein okay ne warte warte was hier oben ist noch blehhh ja die meisten Zicker befinden sich hier im Niakusa Metro warum auch immer okay machen wir mal das hier und machen dann danach noch was anderes schätze ich kam er mit sie mit sie kommen her kommen her mit sie ja nein das war falsch das rück bin verwirrt falls man es nicht mehr nein keine zeit muss los vier sternen und schneller service und gutes essen warum nicht fünf drei stände man muss etwas okay das gleiche jetzt aber jetzt generell das gleich habe ich das gefühl tut 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 noch ein sticker junge jetzt ging aber richtig mit den dingern nochmal baukitz da runter fallen und der fein ruse liege angelegenheiten so im angebot habt kühlfach noch mal mastisch geistes dicker paradies hier mit dinger geil findet haben die oft benutzt hier so cool herr mir gibt es aber nicht das ist ja nur ein oder bist du noch irgendwas eigentlich ist nicht mehr willst du mich und aua ich muss mal ich muss ein einwohner werden ich muss mich verkleiden hier warum macht sie jetzt die andere hallo jetzt geht doch 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 dann war ganz kurz wie sieht das aus du hast mich aber nicht ich weiß ja schon ich habe Angst boi und 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 aber ist noch kein zug ist noch kein zug wird zu früh oder zu spät je nachdem ok jetzt nein das war noch schlechter verdammt so schnell zur anderen maske wechseln aber nur so wow so ich bin oben abspringt wie habe ich das überhaupt überlebt keine ahnung ne danke war bei ne danke war bei ne robbe kein problem kannst du ja jetzt noch abonnieren was gibt es hier oh wir sind schon da cool 49 den 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 deine würden die 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 auch Find your cat hair on it. Don't let that be you. Well done. My organization can always use more people like you. There's a place for you here. Provided you don't disappoint me. Still, I hear my little collection isn't quite complete. So get back to it and be thorough. Leave no stone unturned, do you hear? Oh boy. okay also hier sind wir lang gegangen right right wir gehen also jetzt hier lang und werden hier den weg finden mit den katzen zu fahren vier sterne gut für einen schnellen ok leuchtet aber sehr sehr viel jeder streckt um wieder was hallo dann halt nicht egal dann kommen wir das direkt 20 das ist jetzt aber 10 langsam scammt er mich aber das ist aber ohne witz wie kriege ich geld ich brauche dringend geld hey das macht sich auch schon sorgen ach so ne die anderen wollten nur aber ja trotzdem mache ich mir sorgen das ganze geld rankommen gibt es einen trick also es ist hier nur so voll weil die züge hier so beliebt sind so populär sind deshalb ist es hier so voll das ist alles wegen den zügen deren schuld sind ja eigentlich secret secret ne raus wollte ich nicht also noch nicht und mich hier mal umschauen bin ich denn hier ein paar secrets oder so anschauen hier hast du was zu kaufen junge wie teuer wird das ganze spiel eigentlich teuer wird das spiel irgendwie muss ich doch aha was leute genauso gucke ich gerade auch ich verstehe gar nichts mehr so ich